Ja, also das ist 9, 7, 5, 3, 1, und ähm... Gut, alle anderen sind vor, das war der Berufung. So, die 20 geht auf die 10, die 20 geht auf die 5, die Nummer 3 auf die 9, Nummer 11 geht auf Platz 4. Hallo! Nummer 7, 7 auf die 30, Nummer 18 geht auf...